Herzlich willkommen zu einer neuen Runde von aktueller Rechtsprechung in 200 Sekunden. Heute mit einem erbrechtlichen Fall des OLG Oldenburg zu folgender Familienkonstellation. F ist verheiratet mit M und hat außerdem eine Schwester S. Im Jahr 2003 hat sie mit M gemeinsam ein Ehegattentestament errichtet, in dem sie sich wechselseitig als Alleinerben eingesetzt haben. Im Jahr 2016 war sie mit dieser Situation offenbar nicht mehr zufrieden, ist zum Notar gegangen und hat dort eine Widerrufserklärung notariell beurkunden lassen, in der sie ihre Willenserklärung aus diesem gemeinschaftlichen Testament widerrufen hat. Zugleich hat sie den Notar angewiesen, diese Widerrufserklärung dem M zuzustellen und sie hat ein neues Testament errichtet, in dem sie ihre Schwester S. zur Alleinerbin eingesetzt hat. Wenige Tage später wurde dem M. eine beglaubigte Abschrift, also eine Kopie dieses Widerrufs zugestellt. Am 25. April 2017 starb die F und vier Tage später wurde erneut der Widerruf dem M zugestellt, diesmal eine Ausfertigung, also ein Original. Die Frage ist nun, wer ist Erbe der F? Wenn wir uns diese Erbfolge chronologisch anschauen, beginnen wir mit dem Gemeinschaftlichen Testament von 2003, wonach selbstverständlich der M. Alleinerbe wäre. Die Frage ist allerdings, ob sich diese Rechtslage durch den Widerruf von 2016 geändert hat. Als Hintergrund müssen wir wissen, die Verfügung in dem Gemeinschaftlichen Testament war eine sogenannte wechselbezügliche Verfügung im Sinne von 2270. Das ergibt sich schon aus der Vermutung in Absatz 2. Das bedeutet nach 2271 in Verbindung mit 2296 BGB, dass der Widerruf zum einen empfangsbedürftig ist und zum anderen notariell beurkundet werden muss. Die Empfangsbedürftigkeit kommt daher, dass der M selber betroffen ist durch den Widerruf, denn seine eigenen wechselbezüglichen Verfügungen fallen dann auch weg. Er muss also neu disponieren, dafür muss er wissen, dass die Widerrufserklärung erfolgt ist. Hinzu kommt, dass nach 2271 Absatz 2 1. Halbsatz das Widerrufsrecht erlischt mit dem Tod der Erklärenden, also der F. Die Frage ist nun, ob das rechtzeitig erfolgt ist. Dabei kommt es nach 130 Absatz 1 BGB auf das Wirksamwerden dieser Erklärung durch den Zugang einer formgerechten Widerrufserklärung an. Das bedeutet, die Zustellung der Kopie im Jahr 2016 genügt nicht, denn das ist keine formgerechte notariell beurkundete Erklärung. Wir müssen also schauen auf die Zustellung der Originalurkunde am 29. April 2017. Die Frage ist, ob das rechtzeitig war. Die herrschende Meinung greift hier auf 130 Absatz 2 BGB zurück und sagt, der Tod des Erklärenden ändert nichts an der Wirksamkeit der späteren Widerrufs. Allerdings ist das nur die halbe Wahrheit, denn es kommt ja für den 2271 nicht nur darauf an, ob überhaupt wirksam widerrufen wurde, sondern auch darauf, ob wirksam vor dem Tod widerrufen wurde. Da müsste man wohl sagen, nein, das reicht nicht, denn der Zugang war später und damit das Wirksamwerden erst später. Die herrschende Meinung lässt das trotzdem genügen und lässt also den Gedanken des 130 Absatz 2 durchschlagen gegenüber der Frist des 2271. Darüber hinaus wird nur verlangt, dass die Erklärung wenigstens alsbald nach dem Tod zugestellt wird, damit der neue, jetzt vor neue Tatsachen gestellte Empfänger des Erbes und dieser Widerrufserklärung noch neu disponieren kann, insbesondere ausschlagen kann nach 2271 Absatz 2. Das ist hier erfolgt, es waren nur vier Tage, so dass das Ergebnis ist, der Widerruf ist wirksam und damit auch die neue Erbeinsetzung der S.